Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Wir starten zumindest kühl, dann aber geht es rasant bergauf mit den Temperaturen. Zeigt hier auch der Trend stellvertretend für Weimar. Jetzt die nächsten Tage erst mal relativ frisch, 3, 4 Grad. Danach aber Donnerstag und auch zum Wochenende geht es wieder rauf auf 8, 9, vielleicht sogar 10 Grad. Und das gilt für weite Teile Deutschlands. Es bleibt jetzt aber erst einmal bei recht kühler Luft, die zumindest aus dem Norden einfließt. Dementsprechend morgen gerade mal so 3 bis 5 Grad. Aber es erwartet uns auch ruhiges Hochdruckwetter. Das heißt nicht unbedingt Sonnenschein im Winter. Denn es wird Nebel, Hochnebel geben. Schon am Vormittag noch dichtere Wolken mit etwas Regen oder auch Schnee oberhalb von 600 Metern am Alpenrand. Im Laufe des Nachmittags dann höchstens noch ein paar Tropfen oder Flocken. Sonst ist es trocken, neblig, trüb, Sonne kommt nur selten durch. Höchstwerte wie gesagt 3 bis 5 Grad. Und die nächsten Tage dann eine Front nach der anderen aus Westen. Dazu zum Teil wieder Glättegefahr durch niedrige Temperaturen in den Nächten. Am Mittwoch breitet sich dann ein neues Frontensystem über ganz Deutschland aus. Es wird verbreitet nass sein. Dementsprechend also eine wechselhafte Woche, die uns bevorsteht. Ihnen jetzt gute Unterhaltung. Viel Spaß mit Dieter Moore und Titel Thesen Temperamenten. Guten Start in die Woche.